In dem heutigen Video möchte ich euch ein Side-East-Deck zeigen, wie ihr zum Subhelden werden könnt, auf der Karte Liberty Falls bei Black Ops 6 Zombies. Ihr braucht hierfür die Wunderwaffe, falls ihr nicht wisst, wie ihr die Wunderwaffe bekommen könnt, werde ich euch oben rechts ein Video dazu verlinken, könnt ihr gerne mal abchecken Leute. Und zwar, wenn ihr die Wunderwaffe habt, müsst ihr neun Teile aufsammeln, Actionfiguren und ich zeige euch jetzt, wo alle neun sind. Die erste Actionfigur ist am Spawn hier an der Seite vom Motel, da zieht ihr einfach die Actionfigur ein. Die nächsten vier Actionfiguren sind im Comicbuchladen. Die nächste Actionfigur ist hier auf dem Dach von der Bank, ihr müsst hinten noch diese kleine Tür hier aufsprengen und gegenüber auf dem Gebäude ist die nächste Actionfigur und die könnt ihr hier aufsaugen. Die nächste Figur ist, wenn ihr über dem Dach seid bei Speedcaller hier gegenüber an der Fensterbank. Und die nächste Figur befindet sich hier bei Liberty Lanes, springt hier auf den Bus und saugt hier oben am Dach und ihr habt die nächste Figur. Und dann die allerletzte Leute befindet sich hier oben an der Kirche, lauft einfach dann wieder hoch und außerdem könnt ihr das auch vor dem Bossfight machen, also die Puppe zuletzt lassen. Und bevor ihr in den Bossfight reingeht einsaugen, dann seid ihr da quasi wie im Godmode als Superhead beim Bossfight. Das war's dann auch mit dem Video, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Falls ihr ja wisst, was zu tun ist, lasst ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, um den Algorithmus zu pushen und lasst ein kostenlos Abo da und aktiviere die Glocke, damit du immer auf dem neuesten Stand bleibst. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.